Stern oder Ringe? Schwaben-Eleganz oder Ingolstädter Dynamik? Ist es der Herausforderer Audi A7 oder das Alphatier Mercedes CLS? Wir sagen euch, wer bei den vier Thüringen Premium-Coupés die Nase vorn hat. Beide Fließheckflitzer sind mit einem 3 Liter Dieselmotor bestückt. Seine 306 PS bringen den CLS in 6,1 Sekunden auf 100. Schluss ist bei abgeriegelten 250 kmh. 53.300 Euro sind für die Basis fällig. Mit Vollausstattung kommen nochmal 30.000 dazu. Der Audi A7 ist erst seit vergangenem Jahr auf dem Markt und sägt ganz gewaltig am Thron des CLS. Er holt 245 PS und 500 Newtonmeter aus dem V6-Turbodiesel. In 6,3 Sekunden schiebt er die Fuhre auf 100. Schluss ist ebenfalls bei 250. Dafür verlangen die Ingolstädter 48.823 Euro. Auf diese Basis kommt in der vollausgestatteten Version mit 44.000 Euro fast nochmal das Doppelte dazu. Der Audi fährt sich für seine Klasse sehr agil. Mit den verschiedenen Fahrmodi kann man Sportlichkeit und Komfort dosieren. Optisch sind A7 und CLS mehr als gelungen. Form und Proportionen sind in sich stimmig. Dieser Fond sorgt im Rückspiegel für Überholprestige. Der CLS wirkt elegant und sportlich zugleich. Vier Personen finden im 4,94 Meter langen Coupé bequem Platz. 245er Pneus auf 17 Zoll Felgen halten den Kontakt zur Straße. Ob die beiden viertürigen Coupés nur schön oder auch praktisch sind, zeigt der Kofferraumvergleich. Im CLS lassen sich locker zwei Koffer der Größe 60 mal 80 verstauen. Der A7 hat zwar 15 Liter mehr Stauraum, aber aufgrund der Kofferraumform ist es schwierig, beide Koffer zu verstauen. Bei der Sitzprobe schneidet der Audi auch wieder einen Tick schlechter ab. Auf dem Fahrersitz und im Fond ecken Kopf und Knie schnell an. Der CLS ist ganz klar auch kein Raumwunder. Doch er bietet den Fondpassagieren etwas mehr Bein- und Kopffreiheit. In Ingolstadt lacht das typische Audi-Gesicht. Die markanten LED-Leuchten integrieren sich in die klare Linienführung. 1860 Kilogramm verteilen sich auf die 4,97 Meter und wollen von allen vier Rädern bewegt werden. Der A7 besticht durch klassische und klare Linienführung. Das Fleece-Hack wirkt schlank und sportlich. Der Standard der gehobenen Mittelklasse zeigt sich im Innenraum. Leder-, Holzdekor- und Aluminiumleisten sorgen für Wohlfühlambiente. Die Bang & Olufsen-Soundanlage lässt sich Audi mit 5000 Euro gut bezahlen. Per Startknopf bringt man den 3-Liter-Diesel zum Laufen. Er zeigt einen stärkeren Dieselcharakter als der CLS und kann mit dessen Laufruhe nicht ganz mithalten. Mercedes baut eben immer noch die besten Autobahnkleiter. Im Innenraum des CLS offenbart sich wahrer Luxus. Fein vernähtes Leder- und Holzdekor zeigen den Klassenunterschied zum A7. Der Audi A7 ist das sportlichere Fahrzeug, der CLS das komplettere mit dem stärkeren Charakter. Der Gewinner kann nur Mercedes CLS heißen, denn obwohl er voll ausgestattet 10.000 Euro weniger als der Audi kostet, ist er dem Ingolstädter abgesehen von der Fahrdynamik in allen Belangen überlegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017